Berg- und Wanderhosen. Dafür braucht es einen Grundlagenkurs? Werden sich jetzt wohl viele von euch denken, aber ehrlicherweise gibt es heute am Markt mehr Features, Modelle und Einsatzgebiete, als man selber wusste, dass man überhaupt brauchen kann. Deshalb heute für den Dschungel der Bergkursen, der Bergsteigen-Grundlagenkurs. Wo wären wir nur ohne Hosen? Und wie würden wir ohne die, die ganzen Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bezahlen? Fragen über Fragen. Aber Gott sei Dank sind uns am Berg. Auch spezielle Hosen fast schon Gott gegeben. Doch beschäftigen wir uns zuerst mit der Frage, warum eine Wanderhose eigentlich Sinn macht, so wie sie ist. Hosen für den Berg sollten immer drei wichtige Eigenschaften erfüllen. Sie sind wind- und wasserabweisend, sie sind robust und sie sind flexibel. Außerdem sollten sie schön weich und bequem sein, ganz im Gegensatz zu den meisten Jeans oder Stoffhosen, die man so kennt. Doch Berghosen sind nicht immer gleich Berghosen. Es gibt vom grundsätzlichen Aufbau her drei verschiedene Arten von Hosen, die sich unter ganz unterschiedlichen Umständen am besten anfühlen. Da wären einerseits Wander- und Trekkinghosen, Berg- und Hochtourenhosen und Skitourenhosen. Alle drei kann man aber grundsätzlich in der gleichen Abteilung im Geschäft kaufen. Aber was kann denn beispielsweise die gute alte Wander- und Trekkinghose? Mit welchen Eigenschaften kommt die denn so daher? Meistens werden sie in einer weichen, dünnen und elastischen Form produziert. Diese bestehen im Prinzip immer aus Kunstfaser und sind gerade als Sommerhosen wirklich dünn gemacht. Beim Wandern und Weitwandern sollte die Hose ja gut belüftet sein und man sollte sich möglichst leicht bewegen können. Das bedeutet, dass ein ordentlich stretchendes Material ganz praktisch ist. Wer es super flexibel und anpassbar haben will, der sollte sich hier um Hosen mit Zippverschluss umsehen. Die kann man meist auf Höhe der Knie abzippen und schon hat man eine kurze Hose dabei. Aber Vorsicht, aus Verarbeitungsgründen können Hosen mit Zipp an genau der Stelle nicht dehnbar sein. Logisch, sonst müsste ja der Reißverschluss auch dehnbar sein. Gerade wenn man jetzt aber große Schritte macht oder hohe Stufen überwindet, kann das zum Problem werden. Denn dann spannt die Hose vielleicht knapp oberhalb der Kniekehle etwas zu sehr und das ist dann über längere Zeit natürlich unangenehm. Bei den Taschen müssen Wanderhosen nicht gerade üppig ausgestattet sein. Da man selten einen Klettergurt oder ähnliches trägt, kommt man meist auch ganz gut an die klassischen Hosentaschen dran. Je mehr Taschen, desto verlockender ist es nämlich den ganzen Krempel hineinzupacken. Dann wird die Hose aber immer schwerer und schwerer und irgendwann ist man nur mehr damit beschäftigt, sie wieder hochzuziehen. Generell sollte die klassische Wanderhose übrigens unbedingt Gürtelschlaufen haben. Hat sie das nämlich nicht, kann sie, wenn sie sich beim Weitwandern über die Tage etwas weitet, zu einem echten Quälgeist während der Tour werden und auch der Rucksack kann eine Hose sehr verlässlich immer wieder nach unten schieben. Doch kommen wir zum Thema Berg- und Hochtourenhosen. Die sind meist schon mal vorweg imprägniert und fühlen sich spürbar dicker und robuster an. Aber auch da gibt es die ein oder anderen Features, die unsere Berg- und Hochtouren einfach angenehmer gestalten können. Zum Beispiel wäre da der Steigeissenschutz. Gerade wer frisch im Hochtourenbereich sich erstmals ausprobieren möchte, kann sich ohne entsprechenden Schutz leider oft schon mal das Geld für eine erste Ersatzhose zurechtlegen. Der Steigeissenschutz kann hier aber helfen, denn mit dem Zacken, darin eingefädelt, kommt man mit Glück auch wieder raus, ohne dass die Hose gleich hin ist. Im Idealfall, je nach Material des Schutzes, kommt man erst gar nicht rein mit den Zacken. Eine weitere wichtige Idee bei Hochtourenhosen ist die Oberschenkeltasche. Denn mit einem Klettergurt, vielleicht sogar mit breiten Polstern, kommt man in die frontalen Hosentaschen nicht mehr hinein. Aber vielleicht versteckt sich genau da jetzt gerade das Taschentuch drin, das man jetzt gerade so dringend brauchen könnte. Deshalb sind diese Oberschenkeltaschen im Idealfall auf beiden Seiten eine echt große Hilfe für Kleinigkeiten, die man mal während dem Gehen brauchen könnte. Berg- und Hochtourenhosen können auch mit anderen Schutzpolstern und Verstärkungen ausgestattet sein. Man muss sich nur mal überlegen, ob es nicht vielleicht sein könnte, dass man irgendwo am Gipfelgrad, beim Aufstieg mal beim Klettern mit dem Knie über den Fels radiert oder vielleicht auch im Abstieg mal unfreiwillig am Fels Platz nimmt. Da sind entsprechende Verstärkungen schon echt wertvoll, denn das sollte bei Hochtouren und hohen Bergtouren immer bedacht werden. Eine zerrissene oder kaputte Hose kann sich hier zu einem echt großen Problem entwickeln. Hochtourenhosen sollten aber noch andere Eigenschaften mit sich bringen, die ebenfalls praktisch sind. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit der Beinweitenanpassung. Wofür sollte man das denn eigentlich brauchen? Einfach. Die Berghosen sollten uns, wenn wir keine Schuhe anhaben, ja möglichst bis zur Ferse gehen, aber den Boden noch nicht ganz berühren. Wenn man jetzt aber klobige Kategorie D-Stiefel anzieht, aber auch so manche Kategorie C-Schuhe vielleicht, auch Skitourenschuhe zum Beispiel, dann bringt man diese Hosen in der Regel nicht mehr über den Schuh, zumindest wenn man sie passend kauft. Kann man dann am Beinende eine entsprechende Erweiterung per Reißverschluss öffnen, löst sich das Problem von selbst. Warum nicht gleich breiter machen? Naja, ganz einfach. Wenn man die Hose mal im Herbst zum Wandern hernimmt, dann nerven diese breiten Hosenbeine brutal. Deshalb ist das ein Komfort, den man sich schon leisten sollte. Jetzt kommen wir noch zum Verschluss und dem Hosenbund. Der ist nämlich wirklich wichtig. Kauft euch am besten nie Hosen, die keinen Stretchbund haben. Sie werden damit zwar nie richtig super eng sitzen und man braucht öfter vielleicht mal einen Gürtel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal etwas ab oder zunehmen, ist ziemlich hoch. Und Hosen, die einen festen, quasi starren Bund haben, sind immer zu locker, wenn man abnimmt und man passt nie rein, wenn man zunimmt. Der Vorteil dieser Hosen ist aber natürlich, dass elastische Hosen diese Eigenschaft nach vielen Benutzen und vor allem Waschen über die Zeit verlieren. Grundsätzlich kann man aber auch ohne weiteres davon ausgehen, dass man eine elastische, flexible Berghose ohne weiteres drei, vier Jahre ohne diesbezügliche Einbußen tragen kann. Doch zurück zum Verschluss. Ich möchte euch hier kurz Druckverschlüsse eventuell in doppelter Ausführung ans Herz legen. Knopfverschlüsse, die sind zwar deutlich leichter zu reparieren, aber dazu mal zwei Gedanken. Nummer eins, da Knöpfe aufgrund der ein, zwei dünnen Fäden deutlich schneller mal abreißen, ist das Reparieren definitiv deutlich häufiger dran. Und Nummer zwei, liebe Männer, wer von uns kann bei minus fünf Grad am Gletscher nach dem Schwenk nach links in den Schnee und dem anschließenden Knopfverlust wirklich mit Handschuhen und entsprechenden Instrumenten schnell mal einen Knopf annähen? Hand hoch? Irgendwer? Falls ja, könnt ihr natürlich auch gerne klassische Knöpfe nehmen und bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten kann ich die doppelten Druckknopfkonstruktionen wirklich empfehlen. Die sind nämlich idiotensicher und selbst wenn im unwahrscheinlichen Fall einer mal kaputt gehen sollte, bleibt zumindest noch eine Reserveoption übrig. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Thema Gürtel an. Gürtelschlaufen, das haben wir ja schon geklärt, sollten eigentlich immer Pflicht sein, selbst bei stretchenden Hosen. Aber manche Hosen haben recht ausgeklügelte Systeme, die da schon mal etwas vorweggreifen, was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann. Zum Beispiel diese Hose hier. Die hat ein starres Band im Bund vernäht und per Haken lässt sich das an einzelnen Stellen fixieren. So kann ich eine Stretchhose schnell mal enger machen, wenn die Stretchfunktion nicht mehr reicht. Das Ganze geht aber natürlich auch ohne so Features, einfach mit einem Gürtel. Aber vielleicht nimmt man hier besser einen elastischen Sportgürtel, damit auch hier wieder Spielraum für maximale Flexibilität gegeben ist. Starre Ledergürtel mit Löchern drin sind nicht unbedingt die ideale Anpassungsmöglichkeit für Berghosen. Jetzt noch zum Thema Imprägnierung. Egal ob Hochturnhosen oder Wanderhosen, allesamt sollten sie mal imprägniert werden, um sie wieder widerstandsfähig zu machen. Nach 4-5 Mal waschen verliert die Hose nämlich ihre Fähigkeit, Nässe draußen zu behalten. Dann kann man das aber auch schon mal machen. Gilt natürlich auch für Skiturnhosen. Und apropos Skiturnhosen, die hätte ich jetzt fast vergessen. Die sind in der Regel wie Hochturnhosen aufgebaut, nur dass sie innen als zusätzliches Wärmepolster noch mal etwas Vlies reingenäht haben, was die Angelegenheit kuschelig warm macht. Außerdem haben vernünftige Skiturnhosen auch noch einen kleinen Gummi unten an den Enden der Beine. Die sorgen dafür, dass die Hose fest über dem Skischuh sitzen bleibt und nicht Tür und Tor für den Schnee in den Schuhen öffnet. Bei der Fassform gibt es meiner Meinung nach keine Unterschiede zwischen den einzelnen Einsatzgebieten. Sie sollten stets möglichst gut und vielleicht auch eher enger sitzen, nicht zu viel schlabbern und ganz wichtig, der Hosenboden sollte in der Nähe eures Beckenbodens sein. Sonst reißt euch die Hose ganz schnell mal bei einem ordentlichen Ausfallschritt. Fassen wir das ganze Hosengulasch also jetzt noch mal zusammen. Wer wandern gehen will, gerade im Sommer, braucht Belüftung, ordentlich Flexibilität und vernünftige Taschen, auf die er oder sie gut zugreifen kann. Damit ist man eigentlich schon völlig ausreichend bedient. Wer mag, kann sich auch noch um einen Zipferschluss bei den Knien umsehen. Geht's auf Hochtouren, sollte die Hose auch anderweitige Taschen abseits der klassischen Hosentaschen haben. Sollte am besten auf einen Kanten- und Steigeisenschutz auf Höhe der Wade dabei haben und auch unten etwas verbreitert werden können, um über die Schuhe drüber zu kommen. Im Prinzip gilt das alles auch für Skitourenhosen, doch damit man hier eben noch mal etwas wärmer und sicherer gehalten wird, sollte hier die Hose eng über dem Schuh drüber gehen und die ganze Hose innen vielleicht etwas gefuttert sein. Zum Schluss noch ein kleiner Sonderfall, nämlich die Hardshell-Hosen. Wer braucht denn eine Hardshell-Hose? Am ehesten noch alle, die Eis- und Felskletterei betreiben und das unter sehr widrigen und rauen Bedingungen im hochalpinen Gelände. Wer das nicht macht, fällt nämlich eigentlich aus der Zielgruppe. Da geht's dann eher um einen kleinen Marketing-Trick, weil diese Hosen eben für das 3- bis 5-fache des Geldes verkauft werden können. Von richtig brauchen kann man aber in den wenigsten Fällen sprechen bzw. kann ich es auch anders formulieren. Wenn ihr eine Hardshell-Hose wirklich braucht, dann wüsstet ihr es. Generell haben sie natürlich definitiv ihre Daseinsberechtigung und sinnvolle Einsatzzwecke. Ich würde sie aber auch aus finanzieller Sicht nicht dem typischen Einsteiger im Hochtourensegment empfehlen. Beim Material unterscheiden sich die Hosen übrigens fast gar nicht voneinander. Eine Hochtourenhose und eine Skitourenhose und eine Wanderhose sind allesamt aus Polyester gefertigt und nur selten kommt ein anderes Material zum Einsatz, eben bei Hardshell-Hosen. Der einzige Unterschied lässt sich eben in der Stärke der Verarbeitung, also der Dicke und dementsprechend in der Belüftung feststellen. Somit lässt sich auch sagen, wem im Sommer mit der normalen Wanderhose einfach zu kalt ist, weil man in kühleren Regionen zum Beispiel unterwegs ist oder vielleicht auch einfach in sehr hohen Lagen, der kann sich durchaus einfach eine Hose der Winter- oder Hochtouren-Kategorie zulegen und ist automatisch mal gleich deutlich wärmer unterwegs. Wem der heutige Ausflug in die Welt der Hosen gefallen hat, sollte diesen Kanal auch abonniert haben. Kontrolliert das unbedingt auch mit diesem Glöckchen daneben, dass das ebenfalls aktiviert ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, gebt dem Video einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bergheil!